Wir haben letztes Mal die Verse gelesen, in denen Mose das Volk lehrt, seinen Kindern Zeugnis zu geben. Und es ist wichtig, dass wir Zeugnis geben können. Petrus sagt, seid jederzeit bereit, Antwort zu geben, wenn Menschen dich fragen. Was ist unser Zeugnis? Was ist das Zeugnis der Kinder Gottes? Das Zeugnis des Volkes Israel war folgendes. In Kapitel 13 vom zweiten Buch Mose, Vers 8 heißt es, Und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären, es geschieht um dessen Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und weiter unten heißt es, denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. Es ist dieses Bekenntnis, ich war im Sklavenhaus. So heißt es in Vers 3, Ägypten, das Sklavenhaus. Ich war Sklave in Ägypten. Aber ich bin ausgezogen aus dem Sklavenhaus. Ich bin nicht mehr in diesem Sklavenhaus. Ich bin ausgezogen. Ich war im Sklavenhaus. Aber jetzt bin ich frei geworden. Und das hat der Herr für mich getan. Und dieses Bild vom Sklaven, der befreit wird, das ist auch ein Bild, was im Neuen Testament verwendet wird. Auch zu Jesu Zeiten gab es immer noch Sklaverei. Nein, es hat sie noch lange, lange, lange Zeit gegeben. Und so wurde Geld bezahlt für einen Menschen, damit er seinen Besitzer wechselt. Und Paulus sagt es, ihr wart Sklaven der Sünde. Ihr seid auch in einem Sklavenhaus gewesen. Wir sind in einem Sklavenhaus gewesen. Aber wir durften auch ausziehen aus dem Sklavenhaus, weil uns jemand freigekauft hat. Petrus sagt, mit dem kostbaren Blut Christi seid ihr erkauft worden. Ihr wart Sklaven, aber Gott hat einen Preis bezahlt für euch. Und hat euch somit herausgekauft aus dem Sklavenhaus, aus Ägypten. Das ist die Erlösung in Christus Jesus durch den Glauben an ihn. Und es ist nichts etwas, was wir getan hätten, durch unsere Werke, durch unsere Frömmigkeit. Sondern er hat es getan. Ich habe es vollbracht. Es ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Das ist das, was wir heute Abend wieder feiern. Das Abendmahl, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Zur Vergebung eurer Sünde. Alle Schuld ist damit abgeglichen. Und dadurch seid ihr freigekauft aus dem Sklavenhaus, aus Ägypten. So ist dieses Zeugnis, was die Israeliten im Zusammenhang mit dem Passafest und mit dem Fest der ungesäuerten Brote ihren Kindern weitergegeben haben. Es ist ein Zeugnis, was auch wir haben und was wir weitergeben sollen. Wir sollen bereit sein, davon zu erzählen. Ich war gebunden. Ich war im Sklavenhaus in Ägypten. Aber der Herr hat mich freigemacht. Jesus hat mich freigemacht. Ich bin befreit. Deswegen lebe ich so. Und das ist es. Es war ein Anlass. Es gab einen Anlass, warum die Kinder gefragt haben. Die Israeliten haben bestimmte Dinge getan, die die anderen Menschen nicht getan haben. Sie haben ein Fest gefeiert. Sie haben das erstgeborene Tier. Das Tier, was das Erstgeborene seiner Mutter war, haben sie geopfert. Und sie haben ein Opfer dargebracht, wenn in einer Familie ein Kind geboren wurde. Das erste Kind, das erste männliche Kind. Und Gott sagt, diese Dinge habe ich eingesetzt, damit deine Kinder Fragen stellen. Und so hat Gott uns auch ein Leben gegeben in Hingabe, in Nachfolge. Wo wir mit unserem Leben leuchten und strahlen in diese Welt und Menschen Fragen stellen. Warum lebst du so? Warum handhabst du das so? Warum seid ihr nach so vielen Jahren Ehe immer noch verheiratet? Und scheinbar irgendwie glücklich. Warum hast du noch keinen Freund? Warum seid ihr zusammen und habt noch nicht eine gemeinsame Wohnung? Warum lachst du und redest du eigentlich nicht mit, wenn wir in unseren Pausen so dreckige Witze machen? Warum ist das eigentlich so? Warum setzt du dich so ein für die Schwachen? Warum arbeitest du ehrenamtlich mit in der Gemeinde? Warum gehst du sonntags immer in Gottesdienst? All solche Fragen, das ist unser Lebensstil. Wir leben so, wir folgen Jesus nach, wir leben mit ihm. Und das leuchtet, strahlt hinaus in die Welt. Unsere Liebe zu Jesus wird sichtbar in unserem Lebenswandel. Und ja, möge Gott schenken, dass eine Atmosphäre entsteht zu unseren Mitmenschen, dass sie anfangen Fragen zu stellen und zu sagen, sag mal, warum eigentlich? Was ist eigentlich los? Und dann die Gelegenheit beim Schopfe zu packen und Zeugnis zu geben. Das ist nicht, weil ich mir das so ausgedacht habe, weil ich das irgendwie so toll vernein. Nein, ich lebe so, weil ich Gott kennengelernt habe als meinen Befreier. Mein Leben war ganz anders, von etwas ganz anderem bestimmt. Ich lebe jetzt in Freiheit. Das Leben, was ich führe, ist ein Leben in Freude, in Freiheit, in Frieden mit Gott. Aber das war nicht immer so. Ich bin aus dem Sklavenhaus ausgezogen. Ich war Sklave der Sünde. Das ist dieser Moment, wo sie ausziehen aus Ägypten. Endlich hat der Pharao sie losgelassen. Gott hat sie mit starker Hand herausgeholt. Er hat Gericht geübt am Pharao und an Ägypten. So haben wir Gott vielfach in den letzten Wochen, in den letzten Kapiteln hier im zweiten Buch Mose als einen mächtigen Herrn, einen mächtigen Gott kennengelernt, als den Richter, der Gericht hält, der Gericht übt, der in seinem Gericht trotzdem immer noch gnädig ist, das haben wir auch gesehen, und der wartet, der Geduld hat, der gnädig ist, aber am Ende konsequent. Und jetzt sehen wir Gott nach der Erlösung. Wie geht es weiter? Jetzt ist das Volk ausgezogen. Es ist hinausgegangen aus diesem Sklavenhaus, aus seinen Häusern, sind sie aufgebrochen. Sie haben alles mitgenommen, alles stehen und liegen gelassen und sind losgezogen. Mit ihren Kindern, mit ihrem Vieh, auch mit den Reichtümern Ägyptens. Und dann geht es weiter in Vers 17. Und das ist so schön, weil wir in diesen Versen hier, in den letzten Versen von Kapitel 13, weil uns in diesen unscheinbaren Versen Gottes Charakter, Gottes Wesen so deutlich offenbart wird. Auf so wunderbare Weise. Vers 17. Es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit ist das Volk nicht geräut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen, kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Das erste, was hier steht ist, Gott führte. Gott führte. Das Wort, was hier steht, führen, finden wir in einem ganz bekannten Abschnitt der Bibel im Psalm 23. Lass uns das mal aufschlagen. Ein Psalm von David. Das, was er hier schreibt, davon hat er Ahnung, er war selber ein Hirte. Er schreibt, der Herr, Yahweh, der Gott Israels, ist mein Hirte. Wie gesagt, David war selber Hirte. Aber er wusste, ich bin nicht nur Hirte, ich bin auch ein Schaf. Das ist immer ganz wichtig für uns Pastoren, das Wort Pastor heißt auch Hirte, dass ich mich immer wieder daran erinnere. Jörg, du bist vielleicht ein Hirte, aber du bist auch ein Schaf. Und du hast einen Hirten. Und einen Hirten zu haben, das ist sowas Wunderbares, wenn man ein Schaf ist. Weil wenn man keinen Hirten hat, das ist so ein Ausdruck, der mehrfach in der Bibel vorkommt. Und Jesus, über Jesus steht es, er sah die Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das tat ihm in seiner Seele weh, die Menschen so zu sehen, wie sie umherirren, orientierungslos, auf der Suche nach Futter, allen Gefahren ausgesetzt. Ein Schaf ist nicht besonders wehrtüchtig. Da gibt es wilde Tiere, die so ein Schaf, wenn sie es isoliert bekommen, ganz einfach reißen, auffressen. Du musst es nur isolieren und dann... Und die Herde steht eben nicht zusammen. Wenn der Hirte nicht daran arbeitet und der Hirte dafür sorgt, dass die Schafe schön zusammen wandern, dann zerstreuen sich die Schafe. Jeder geht auf seinem eigenen Weg. Und dadurch haben sie keine Kraft, keine Macht. Sie haben keine Stärke. Aber der Hirte führt die Schafe zusammen. Und der Hirte achtet auf seine Schafe. Und der Hirte, ja, er kämpft gegen die bösen Tiere. Er vertreibt sie. Ja, er ist sogar bereit, sein eigenes Leben zu opfern, sagt Jesus in Johannes 10. Für die Schafe. Er gibt sein Leben für die Schafe. Der Herr, Gott, Gott ist mein Hirte. Ich bin ein Schaf, aber ich habe einen Hirten. Und dieser Hirte ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist mein Hirte. Er ist meiner. Ich bin sein Schaf. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Nein, weil Gott mein Hirte ist, wie gesagt, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er auch mich geschaffen hat. Dem nichts unmöglich ist. Und weil er mein Hirte ist, weil ich sein Schaf bin, weil ich ihm gehöre. Deswegen kümmert er sich um mich. Und deswegen wird mir nichts mangeln. Ich bin Teil seiner Herde. Ich bin sein Schaf. Wenn du auch sein Schaf bist, wenn du Teil seiner Herde bist, dann ist der Herr auch dein Hirte. Und dann wird auch dir nichts mangeln. Ist das nicht großartig? Er hat es gesagt. Trachtet nach dem Reich Gottes. Streckt euch aus. Sehnt euch danach. Richtet euer Leben darauf aus, dass Gott euer Hirte ist. Lasst euch von ihm führen und leiten, denn er ist euer Hirte. Das ist die Herrschaft Gottes. Ein König zu sein, bedeutet ein Hirte zu sein. So ist Gottes Bild von Herrschaft. Einer, der sich kümmert um seine Schafe, um ihr Wohlbefinden. Einer, der sie schützt, der sie bewahrt. Einer, der sie füttert und pflegt. Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Du kannst ihm vertrauen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen um morgen. Denn dein Hirte ist auch morgen da. Klar, es mag sein, dass morgen ein Wolf um die Herde herum streift. Vielleicht zieht ein Unwetter auf. Vielleicht geht es irgendwie durch ein Gebiet, was eher so trocken ist. Aber der Hirte ist morgen auch da. Und er wird dafür sorgen, dass für uns gesorgt ist. Mach dir keine Sorgen, denn morgen ist der Hirte auch noch da. Er lagert mich auf grünen Auen. Das sind diese saftig grünen Wiesen, wo du am liebsten nur noch so reinbeißen willst. Als Schaf so jetzt. Ich weiß, das ist eure Lieblingsnahrung Gras. Er lagert mich auf grünen Auen. Ja, ich darf mich auch ausruhen. Es gibt diese Zeiten der Ruhe. Du bist jetzt gerade hier. Du sitzt. Du lagerst auf der grünen Aue. Du kriegst hier Futter. Nimm es auf in deine Seele. Der Herr will dich stärken, ermutigen, segnen. Er lagert dich auf der grünen Aue. Er führt mich zum stillen Wassern. Die Schafe sind immer so unruhig und leicht erschreckbar. Und wenn du dann so einen Gebirgsbach hast oder so einen Bach, wo das Wasser so plätschert, da haben die Schafe Angst. Die gehen da gar nicht ran, weil das so laut ist. Aber der Hirte weiß, wo das stille Wasser ist, wo die Schafe keine Angst haben, wo sie dann ihren Kopf neigen und das Wasser trinken können. Das stille Wasser ist das Wasser, was Frieden bedeutet und was den Durst stillt. Gott will unseren Seelendurst stillen. Er erquickt meine Seele. Erquicken ist so ein schönes Wort. Da kommt wieder Leben in meine Seele hinein. Freude, Frieden, Mut, Liebe. All das erneuert der Herr, wenn er seinen Geist ausgießt in unsere Herzen. Erquickt meine Seele. Und dafür ist der Hirte da. Dein Hirte will deine Seele immer wieder erneuern, immer wieder froh machen. Paulus sagt es als Aufforderung. Freut euch. Freut euch alle Zeit. Wie kann er uns auffordern, dazu uns zu freuen, wenn wir mal down sind. Mal sind wir gut drauf, mal wieder nicht so gut. Dann gibt es wieder die schlechten Tage. Die schlechten Tage kommen gerade. Es wird dunkel. Shutdown ist da. Es gibt doch keinen Grund, sich zu freuen. Wir haben heute Morgen irgendwie als Geschwister aus verschiedenen Gemeinden zusammengesessen. Von Geschwister aus der Evangelischen Allianz hier in Hannover. Und haben Gebetszeit gehabt zusammen. Und ein Bruder hat die Losung vorgelesen. Und da ging es nur um Jubeln und Freuen. Das passte so. Aber das ist das. Wisst ihr, unsere Seele muss erquickt werden, weil unsere Seele immer wieder müde wird. Und dafür ist der Hirte da, um unsere Seele immer wieder zu erquicken. Um unsere Seele lebendig zu machen. Um unsere Seele mit Freude zu erfüllen. Worüber können wir uns denn immer freuen? Über seine Liebe. Über die Tatsache, dass er uns freigemacht hat. Dass er uns aus dem Sklavenhaus herausgekauft hat. Und dass er uns eine ewige, wunderbare Zukunft verheißen hat. Ewige Gemeinschaft mit ihm. Unserem Freund, unserem Hirten, der für uns sorgt, der uns liebt. Er erquickt meine Seele. Und wenn Gott sagt, freu dich, dann sagt er eigentlich nur, komm zum Herrn. Komm zu deinem Hirten. Lass dich erquicken. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht, was du selber tun kannst. In dem Sinne, dass du dich ganz doll anstrengst und dich dann jetzt freust. Reiß dich mal zusammen und freu dich. Nein. Streck dich aus zu dem, der deine Seele erquickt. Der dir diese Freude in dir wachsen lässt, wieder neu. Wende dich ihm zu. Betrachte ihn. Sein Bild. Das Bild deines geliebten Hirten, der auf dich schaut und der dich umsorgt, der für dich da ist. Ja, er hat es bewiesen am Kreuz von Golgatha. Deswegen ist das Abendmahl so schön. Das hat Jesus eingesetzt, damit wir uns an ihn erinnern. Das ist ein Moment der Freude, der Erquickung. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, das ist mein Erlöser, der sich selbst für mich hingegeben hat. Seine Liebe war so groß, dass er bereit war zu sterben für mich. Und er hat mir dadurch ein ganz neues Leben gegeben. Eine ganz neue Lebensperspektive. Das erquickt unsere Seele. Und wir fangen uns an, wieder zu freuen. Wir freuen uns im Herrn. Aber selbst wenn du nicht in der Gemeinschaft bist und Abendmahl feiern kannst, kannst du deine Bibel zur Hand nehmen. Lies die Geschichte von Jesus, wie er für dich gestorben ist. Und wie er auferstanden ist. Wie er Maria-Begegnis ist am Grab. Es ist nicht so wunderbar. Maria, sagt er zu ihr. Er ruft sie beim Namen. So ein Hirte, der kennt all seine Schafe mit Namen. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und da kommt es. Er leitet mich. Er führt mich. Das ist das, was Gott jetzt tut mit seinem Volk, was er so liebt. Die Schafherde, die er gesammelt hat und die er jetzt herausführt aus dem Sklavenhaus. Er führt sie. Er geht ihnen voran. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie folgen mir. Gott führt sein Volk. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, in Gerechtigkeitswegen. Wegen der Gerechtigkeit. Ja, ich möchte, dass mein Leben richtig ist. Dass aus meinem Leben Gerechtigkeit herausfließt. Gerechtigkeit, die in diese Welt hineinfließt. In diese furchtbar ungerechte Welt. Ich will mitwirken daran, dass Gerechtigkeit in dieser Welt entsteht. In kleinem und im großen. Je nachdem, wo Gott mich halt hineinführt. Ich will mit Gerechtigkeit schaffen. Das fängt zu Hause an, im ganz Kleinen fängt es damit an, dass ein Mann seiner Frau treu ist. Eine Frau ihr Mann treu ist. Dass ein Mann sich hingibt und seiner Frau dient. Eine Frau sich hingibt, ihr Mann sich unterordnet, ihn achtet und respektiert. Dass ein Mann seine Verantwortung als Vater wahrnimmt und sich um seine Kinder kümmert, ihnen gutes Futter gibt, ein guter Hirte wird, wie sein Hirte. Fängt damit an, dass ein Mann, eine Frau, ein guter Nachbar ist. Darauf achtet. Wie geht es eigentlich den Nachbarn? Brauchen die irgendwas? Brauchen die Hilfe vielleicht? Es fängt damit an, dass das sind die Wege der Gerechtigkeit, in die uns unser Hirte hineinführt. Es sind so schlichte, einfache, kleine Dinge. Aber wenn alle Menschen das tun würden, wie viel besser würde es in dieser Welt aussehen, oder? Das sind nur kleine Dinge. Aber es sind sehr große, sehr, sehr große Dinge. Es ist die Gerechtigkeit, in die Gott uns leitet, um seines Namens willen. Ja, denn wir tragen seinen Namen. Wir sind Christen. Wir tragen den Namen des Christus. Und wenn wir in den Pfaden der Gerechtigkeit gehen, dann schauen alle anderen darauf und sehen das. Und dann sagt Jesus, es passiert dann wirklich, weil sie wissen, dass wir Christen sind und Jesus Christus folgen, dass er unsere Kraftquelle ist, dass er unser Retter und Heiland ist und unser Führer, unser Leiter, unser Hirte. Dann werden sie nicht uns preisen, sondern unseren Vater im Himmel, wenn sie unsere guten Taten sehen. Um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Er ist der gute Hirte. Er leitet uns, auch durch schwere Zeiten, durch dunkle Täler. Ja, manchmal geht der Weg durch ein dunkles Tal. Vielleicht sogar ein Tal des Todesschattens. Aber selbst da ist mein Hirte bei mir. Selbst da kann ich ihm vertrauen, weil ich weiß, er weiß, wo es lang geht. Er kennt das Ziel. Er weiß, wo es aus diesem Tal wieder heraus geht. Dieses Tal ist nicht für immer so, sondern es kommt der Tag, wo wir aus diesem Tal herauskommen und in die weite Ebene vorstoßen, wo wieder die grüne Aue kommt. Noch mehr, wo wir nach Hause kommen, das kommt dann in Vers 5 und 6 hier. Wenn ich im Tal des Todesschattens bin, dann fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Mein Hirte ist bei mir. Er vertreibt alle Angst. Die Liebe treibt die Furcht aus. Wenn mir Angst und Bange wird in dieser Welt, mit all den schlimmen Nachrichten, die ich höre. Aber tu dir bloß nicht immer ständig diese ganzen Nachrichten. Ich mache es auch viel zu viel. Aber wenn wir auf ihn schauen, dann weicht die Furcht. Seine Liebe vertreibt die Furcht. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Du wirst mich nie verlassen, Herr. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Dein Stecken, der alle Feinde vertreibt. Der die Waffe ist, gegen die kein Tier irgendwie sich wehren kann. Der Löwe muss weichen. Der Wolf muss weichen. Der Bär muss weichen. Und der Stab, das ist der, der tröstet mich auch, auch wenn er mir wehtut. Das ist der kleine Stachel, der mich piekt. Und mich davon abhält. Auf diesem schmalen Grat, den wir gehen, durch diese Schlucht. Und rechts geht es runter. Und ich doof, es scharf, mich nervt. Und links mein Nachbar hier in der Schafherde. Und ich will am liebsten rechts ausweichen. Und er piegst mich. Nein, bleib dran bei deinem linken Nachbarn. Ich gewählt mir aber nicht. Der stinkt. Aber da ist der Abgrund. Bleib dran, bleib in der Herde. Der Stab tröstet mich. Weil ich weiß, mein Herr achtet darauf. Er ist sich auch nicht zu schade, mir mal weh zu tun. Mich mal zu pieksen. Er liebt mich so sehr, dass er das riskiert. Dass ich vielleicht sogar wütend auf ihn werde. Herr, warum machst du das so? Das tut weh. Aber dieses Schaf hier, David, er ist weise geworden, weil er selber Hirte ist. Weiß er das? Ich mache das doch nicht, um die Schafe zu ärgern. Ich mache das nicht, weil ich Spaß daran habe, ihm weh zu tun. Nein, es ist notwendig, weil sie manchmal dumm sind, die Schafe und sich selber schaden. Und davor will ich sie bewahren mit diesem Piekser. Und das macht Gott hier auch, bei seinen kleinen Schafen, bei seinem Volk Israel, was noch überhaupt nicht richtig gewöhnt ist, Gott zu folgen. Sie waren bisher unter der Knute des Sklaventreibers. Sie wussten, was sie tun mussten, denn sie wollten nicht so viele Schläge bekommen. Deswegen haben sie getan, was der Pharao und seine Leute gesagt haben. Aber jetzt waren sie frei. Aber sie waren, sie hatten einen guten Hirten, der sie geführt hat. Und er hat sie einen Weg geführt, der wie ein Umweg schien. Gott, wo führst du uns lang? Du führst uns hier mitten in die Wüste. Was soll das? Ich dachte immer, ist dieses Land nicht, dieses Land Kanaan? Ist das nicht hier die andere Richtung? Und Gott sagt, nee, hier geht es lang. Das ist doch blöder. Jetzt müssen wir diesen Umweg machen. Das dauert doch viel länger. Das ist viel beschwerlicher. Wir können doch gerade durch zum Ziel. Zack. Gott, du hast keine Ahnung von Geografie. Aber Gott ist der gute Hirte. Er kennt seine Schafe und er weiß, das wäre eine Prüfung. Wenn wir hier jetzt gerade durchgehen, da würden sie in eine Prüfung reinkommen. Die können sie nicht bestehen. Wisst ihr, Gott versucht uns nicht, die Prüfungen, denen wir begegnen und auf diesem Weg, den sie gehen, werden noch einige Prüfungen kommen. Sie kommen in einige Prüfungen hinein. Auch in Kämpfe werden sie verwickelt werden. Es ist nicht so, dass Gott sein Volk in Watte packt. Aber hier, in diesem Moment, wo sie gerade ausgezogen sind, sagt Gott, nee, hier ist es noch nicht dran, sie in den Kampf zu führen. Dieses junge, kleine Volk, diese Schafherde von kleinen Lämmern, die kann ich noch nicht gleich in diesen heftigen Kampf mit den Philistern reinschicken. Nee, wir müssen einen anderen Weg gehen. Und so führt er sein Volk auf einem anderen Weg, einen Umweg. Sie sollen nicht nach Ägypten zurückkehren, sagt Gott. Das will ich auf jeden Fall verhindern, dass sie wieder zurückkehren in das Sklavenhaus. Wisst ihr, das gönnt Gott euch nicht. Dass ihr wieder zurückgeht in die alte Sklaverei der Sünde. Das will Gott nicht. Er möchte, dass ihr freie Kinder Gottes seid und bleibt. Das war eine Sache, meine Frau erzählt das immer, sie hatte so einen Moment, irgendwie, es ging um eine bestimmte Sache in ihrem Leben und irgendwie plötzlich war so dieser Gedanke, ich will nicht mehr zurück in mein altes Ägypten, ich will da nicht mehr zurück. Es war so ein Entscheidungsmoment in ihrem jungen Christsein. So, das erzählt sie, ich will da nicht wieder zurück in mein altes Ägypten. Und das war so stark, so bestimmt. Und es ist der Wille Gottes, es ist das Wort Gottes, es ist der heilige Geist, der in ihr hineingesprochen hat und hat gesagt, nee, nicht wieder diese alten Wege, nicht wieder dahin zurück, nicht wieder in die Sklaverei zurück. Du bist ein freies Kind Gottes und sollst es auch bleiben. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Wie man sich das vorstellen soll, weiß ich nicht genau. Die hatten sicherlich nicht jetzt hier irgendwelche Ritterrüstungen an oder irgendwelche Soldatenrüstungen. Die hatten vielleicht so ihre Spieße. Ich habe keine Ahnung, was sie so für Waffen bei sich hatten. Aber es ist auch irgendwie ein lustiger Kontrast. Auf der einen Seite führt Gott sie einen Umweg, damit sie nicht in Kämpfe verwickelt werden und sie gehen mit ihren Waffen da so längst. Das ist wie, ich kann mir so einen Marsch von Kindern vorstellen, die so stolz ihre Waffen tragen und sagen, aha, wir sind stark, wir sind jetzt frei und wir werden uns unseren Weg bahnen mit unseren Waffen. Und Gott sagt, oh, ihr werdet keinen Kampf verstehen, ich leite euch lieber mal dran vorbei. Jetzt steht hier was Schönes. Josef hatte großen Glauben in die Verheißung, die Gott seinem Urgroßvater Abraham gegeben hatte. Und sein Großvater Isaac und sein Vater Jakob hatten auch diese Verheißung von Gott empfangen. Ihr werdet in dieses Land, dieses Land werde ich euch geben, dieses Land Kanaan werde ich euch geben. Und er hatte diese tiefe Gewissheit, Gott wird das tun. Und wir haben das letzte oder vor zwei, drei Wochen schon gelesen, dass es 430 Jahre waren, dass sie genau wussten, an welchem Tag sie nach Ägypten gekommen waren, dass sie den Jahrestag gefeiert haben müssen, um das zu wissen eigentlich, dass es der Jahrestag war, wo sie ausgezogen sind und ja, dass Gott auch zu Abraham eine Zeit angegeben hatte, 400 Jahre. Und Josef hat das auch unterstützt. Er hat gesagt, ich will dem Volk, meinem Nachkommen und dem Volk Israel ein Zeugnis sein über mein Leben hinaus. Ich werde sie beauftragen, mich in einen Sarg zu packen und nicht zu verbuddeln, sondern mich aufzubewahren, meine sterblichen Überreste und gebe ihm diesen Auftrag, dass sie diesen Sarg, der dann da stand, in diesem Mausoleum, über 400 Jahre. Es gibt ja auch heute, du kannst ja manche Kirchen besuchen, da gibt es so, wie heißt denn das hier, diese Krüfte, wo dann irgendwelche steinkrisige Steinsärge von irgendwelchen Fürsten oder so dann da stehen. Und Josef hatte das ganz bewusst als Zeichen gesetzt und hat gesagt, wenn es dann so weit ist, dann nimmt mich mit, dann nimmt diese Gebeine mit. Und es war eine ständige Erinnerung, es gab diesen Ort, wo seine Gebeine standen sozusagen, wo sich das Volk Israel immer erinnern konnte, ja, da war doch noch was. Und dann war der Tag gekommen und Mose wusste, wir müssen das, wir müssen das machen, wir müssen die mitnehmen. Und das war der Tag des Feierns, wo sich das erfüllt hat, dieser Glaubenssatz, dieser Ausspruch, wo er sich erfüllt hat, was für eine Freude, was für eine Feierlichkeit. Dass die Voraussage von vor 400 Jahren erfüllt sich jetzt. Oh, wenn Josef jetzt hier wäre und das sehen könnte. Unser Herr hat vor 2000 Jahren eine Verheißung gemacht. Die Verheißung ist folgendermaßen, ich werde wiederkommen, so wie ihr mich habt, auffahren sie, werde ich wiederkommen. Was wird das für eine Freude sein, wenn wir ihn sehen. Und er hat uns auch ein Mausoleum sozusagen gegeben. Er hat uns auch hier seine Überreste dagelassen. Und es ist auch dieser Ort, wo wir uns erinnern an diese Zusage. Denn wir feiern den Tod des Herrn, bis er kommt. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn dieser hatte das Israel ausdrücklich schwören lassen. Vers 20 Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Diese Orte, wir wissen nicht genau, wo sie lagen. Es ist ja in diesem Nil-Delta, wahrscheinlich so im östlichen Teil, war wahrscheinlich dieses Land Goshen, wo sie gelebt haben. Und von dort aus sind sie eben nicht den geraden Weg an der Küste lang durch das Philisterland in Richtung Kana angezogen, sondern sie sind nach Süden abgebogen. Und wie weit runter sie jetzt gezogen sind, da sind sich die Forscher nicht einig, ob sie ganz runter bis zum Golf von Suez runtergezogen sind oder ob es dieses Schilfmeer, diese Gewässer sind, die sich da auch längs ziehen, wo heute der Suezkanal ist. Da sind auch die Bitterseen und wie heißen die anderen Seen da, das sind so verschiedene Seen, die früher auch mal verbunden waren, wo sozusagen diese Meerenge durchging wahrscheinlich bis zum Mittelmeer. Und man weiß nicht genau, wo das jetzt war. Forscher lokalisieren das sehr unterschiedlich. Man kann das nicht mehr genau sagen, wo diese Orte jetzt hier waren. Aber es ist eben dieser Weg weiter nach Süden. Da im Norden wären sie glatt durchgegangen, hätten sie jetzt kein Meer zu überwinden gehabt. Aber da weiter runter, da kommen sie dann zum Meer, zum Schiffmeer. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Hier wird uns vor Augen geführt, wie Gott sein Volk geführt hat. Ganz deutlich sichtbar. Da war eine Wolkensäule. Es war ein Gewölk. Gott ist unsichtbar geblieben. Aber er hat sich sozusagen in Wolken gekleidet, um dem Volk Israel voranzugehen. Und dieses Gewölk, diese Wolkensäule ist dann vor dem Volk Israel hergezogen. Und in der Nacht war, wurde die Wolkensäule zu einer Feuersäule. Um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Das erinnert mich an die Stelle in 1. Thessalonicher 5, wo uns gesagt wird, wachet, wacht und betet. Ihr seid doch nicht Kinder der Nacht, sondern Kinder des Tages. Lass uns wachen, dass wir, auch wenn wir in der Nacht schlafen, dass wir immer dran sind, immer bei Jesus sind, immer mit ihm gehen. Tag und Nacht wandeln wir mit Gott, so wie es über Henoch heißt. Er wandelte mit Gott, mit Noah. Er wandelte mit Gott. Er ging mit Gott. Von morgens bis abends und durch die Nacht. Und selbst wenn wir schlafen, wir legen uns nieder und legen uns im Vertrauen in Gottes Hand und schlafen. Und dann sind wir in Gottes Hand. Wir wandeln, egal ob wir wach sind oder schlafen, ob wir essen, ob wir arbeiten, ob wir ruhen. Gott möchte, dass wir mit ihm gehen, dass wir an ihm dranbleiben. Auch wenn du fern siehst, solltest du mit Jesus fernsehen. Wenn du deinem Hobby nachgehst, geh mit Jesus deinem Hobby nach. Wenn du arbeitest, geh mit Jesus auf deine Arbeit. Er ist schon längst da, er kommt auch, er geht dir voran, er zeigt dir den Weg, er führt dich auf die Wege der Gerechtigkeit. Auf der Arbeit, zu Hause, in deiner Nachbarschaft, beim Einkaufen, bei deinem chilligen Feierabend. Er führt dich auf die Wege der Gerechtigkeit, wenn du mit ihm gehst. Er ist diese Wolkensäule, die nicht weicht und das steht hier am Ende. Weder wicht die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Es weicht nicht, Gott weicht nicht. Er ist ein guter Hirte, er bleibt bei dir, er geht dir voran. Er führt dich den richtigen Weg, auch durch das dunkle Tal hindurch. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Verse aus Jesaja 54 lesen. Und ich lese hier die ganzen Verse einfach durch, von Jesaja 54, Vers 1 bis Vers 10. Ein Wort der Freude. Jubel, du Unfurchtbare. Vollkommen widersprüchlich. Jubel, du Unfurchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken, Spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Worte an das Volk Israel, an sein Volk, was er aus Ägypten heraus erlöst hat. Worte, die aber auch für uns gelten, weil wir in Christus dazu eingefügt wurden, hinzugefügt wurden, weil wir auch aus dem Sklavenhaus erlöst wurden und jetzt diesem guten Hirten gehören. Er, der Schöpfer der ganzen Erde, der Gott der ganzen Erde, er ist unser guter Hirte, ja er ist unser Ehemann. Wir sind seine Braut, denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Herr, dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noas gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noas die Erde nicht mehr überfluten sollten. So habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und meinen Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und diesen Friedensbund, den feiern wir jetzt, wenn wir Abendmahl nehmen zusammen.